Wenn euch das Lego Dreams Set 40657 gefällt, dann habe ich heute etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar habe ich die Häuser aus diesem Set genommen, sie etwas abgewandelt, um sie an die Seiten eines Würfels zu packen. Das Ergebnis ist ein Dorf, das man von verschiedenen Seiten betrachten kann. Wenn euch das bekannt vorkommt, dann wahrscheinlich aus einem der Werke von Escher oder aus dem Lego Dreams Set Castle Nocturnia. Das Set verwendet dasselbe Prinzip, allerdings kostet es 200 Euro, während ihr dieses Dorf hier schon für 30 Euro bekommt. Das Besondere an diesem Modell ist, dass ihr nur die Steine dieses Sets braucht, um es nachzubauen. Im Gegensatz zu den meisten modernen Lego Sets ist dieses Set nicht nur zum Anschauen gedacht. Stattdessen lädt es immer wieder dazu ein, es umzuklappen und von anderen Seiten zu betrachten. Ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich beim Vorbeigehen an diesem Modell eine andere Seite nach oben gedreht habe. Die Basis des Modells ist ein Würfel, dem eine Ecke fehlt, in den ein Haus hineingebaut wurde. Selbstverständlich kann man die Türe weiterhin öffnen. Und im Inneren finden wir das Bett der Bewohner. Der Würfel stellt gleichzeitig das Untergeschoss der Zauberwerkstatt als auch der Bäckerei dar. Wir haben in diesem Modell also drei verschiedene Schwerkräfte. Einmal in diese Richtung, einmal von oben und einmal von hier. Witzig ist dabei, dass die Gebäude trotzdem miteinander verbunden sind. Beispielsweise gibt es hier oben eine Brücke von der Zaubererwerkstatt zur Bäckerei und hier eine Treppe von der Bäckerei zur Schmiede. Auch verwendet die Schmiede denselben schornstein wie die Zaubererwerkstatt. Wie beim Original auch gibt es in der Zauberwerkstatt natürlich einen Kessel und Tränke und einen Frosch, der am Fenster sitzt. Die Bäckerei mit Mühle ist sehr ähnlich wie das Original. Ich musste die Gebäude etwas abwandeln in die Seiten, müssen ja alle bündig mit dem Boden abschließen, wenn man sie umklappt. Meine Version des Dorfes hat einige Vorteile gegenüber dem Original. Zum einen ist es ein großes Modell statt drei kleinen. Das gefällt mir persönlich deutlich besser. Dadurch, dass ihr es umklappen könnt, bleibt es deutlich länger interessant. Und es verwendet auch ein oder zwei interessante Techniken. Wie ihr seht, ist das Modell auch relativ stabil. Es wird nicht einfach so auseinanderfallen. Ihr müsst natürlich etwas darauf achten, wo ihr es anfasst. Ich musste natürlich relativ kreativ werden, um die Gebäude seitlich anzubringen. Das bedeutet, dass es während des Baus nicht immer stabil ist. Ihr könnt es aber natürlich wunderbar transportieren. Wenn ihr das Modell nachbaut, bleiben natürlich auch ein paar Teile übrig, weil zum Beispiel die Bodenplatte einfach zu groß ist. Aber das sind nur circa 10 Stück. Die Lego 3-in-1 Creator-Sets haben meistens deutlich mehr Teile übrig. Aber für wen ist das Modell? Wenn euch das Set hier nicht gefällt, kann ich nichts machen. Denn die Farben sind dieselben, die Gebäude sind sehr ähnlich. Aber wenn euch dieses Set sehr gefällt, dann bekommt ihr hier ein großes Modell statt drei kleinen. Außerdem könnt ihr es immer wieder umklappen und dadurch wird das immer wieder interessant. Wenn ihr das Carson McTurnier aus der Reihe habt, dann passt dieses Modell ideal dazu. Aber auch für sich allein ist es ein echt schönes Spielmodell, womit ihr lange Spaß haben könnt. Man kommt wunderbar an die Rückseite dran und hat jede Menge Platz zum Positionieren der Figur. Wenn ihr es nachbauen wollt, könnt ihr ganz einfach meine Anleitung, die ich unten verlinkt habe, herunterladen. Mit dem Set zusammen ist das auch alles, was ihr braucht. Ihr müsst nur beachten, dass man etwas Erfahrung zum Bauen braucht. Wenn euch mein Modell überzeugt hat, dann holt euch die Bauanleitung auf replicable.com und abonniert meinen Kanal, um die nächsten Modelle nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!